so hallo liebe bienenfreunde das ist jetzt ein blick aus dem fenster mein frühstücksblick da schaue ich zuerst mal auf die vögel wunderschön einige vogelarten ich fütter hier nur sonnenblumenkerne und dementsprechend kommen zahlreiche vögel hier vorbei verschiedenste kernbeißer blaumeisen, kohlmeisen, grünfinken und spatzen das sind die häufigsten besucher und dann gibt es noch die grasmücke und ja kibitz war schon hier und unterschiedliche hier oben wenn wir hier gucken und da gucken wir jetzt hier mal hin wenn sich ein bisschen bewegt, ihr seht es hier in der Mitte, da steht ein Reh jetzt sieht man es eben, sieht man die Ohren, ja das ist hier der Ausblick einfach fantastisch so und den genieße ich jetzt einfach noch ein bisschen bis bald ciao